Moin und herzlich Willkommen, ich bin Dennis und das ist Dice, der noch nicht ganz. Wir sind noch in der Sommerpause bzw. ich bin noch in der Sommerpause. Am 27. August geht es weiter und ich wollte mit diesem Video erst einmal noch mal zeigen, dass ich wieder lebe, nach meinem kleinen Urlaub. Und natürlich geht es auch um eine kleine Sache, ich möchte ein bisschen Interaktion hier mit reinbringen und zwar habe ich noch einige Slots in der nächsten Staffel frei, die am 27. August startet und da soll eine Figur gemalt werden in zwei bis drei Folgen, irgendwann in dieser Staffel und ihr sollt bestimmt, welche Figur das sein wird. Hier sind einmal die Kandidaten, die zur Auswahl stehen. Einmal haben wir den Space Marine Captain von Horace Heresy für die Emperor's Children. Dann haben wir für Freebooters Feld das große Piraten-Walross Franyo. Als nächstes hätten wir von Brother Vini, eine Mumie. Dann von X-Faction diese interessante Lady, die auf dem Trollkopf steht. Und wir haben noch Archaon himself in der letzten Version, die bei den großen Drachen mit dabei war für Warhammer bzw. Age of Sigma, allerdings nur er ohne den Drachen. Und zu guter Letzt sind wir noch einmal bei Infinity the Game. Für Aleph gibt es noch einmal diesen Naga-Meme-Lager. Ja, das waren die teilnehmenden Figuren. Ihr könnt in den Kommentaren abstimmen und auch bei Facebook und Twitter jeweils mit dem Hashtag DICE bzw. bei Facebook auf der Seite von DICE könnt ihr abstimmen für euren Favoriten, welche Figuren bemalt werden sollen. Ich werde nach und nach immer so einen Zwischenstand bei Facebook und bei Twitter posten und dann könnt ihr genau sehen und voten, welche Figuren bemalt werden sollen. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und solltet ihr auf der Gamescom nächste Woche sein, haltet mal die Augen offen, vielleicht trifft man sich dort. Ich bin nämlich auch da und zwar die ganze Woche. So, ich gehe jetzt in die Sonne und wünsche euch Kraft magar für alle. Das ist dann das Ergebnis. Dann haben wir die Figur überall so mit einem leichten Weiß bemalt, damit das ein bisschen glänzt, ein bisschen glossy wirkt und auch hier wieder sieht das in der Kamera total beschissen aus. Also holler die Waldfeder. Sieht aus, ob ich das mit Kreide gemalt habe.